Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video ja ich weiß ich hab ne ganze Zeit lang kein Video mehr gemacht aber naja so ist es halt ist einfach so die Städte zu sehen die Städte die Paulin und ich bin schon wieder wie ein Pro okay wir wollen jetzt suchen das mal tatsächlich intelligent angehört okay es war ein Sniper ja wir spielen Dirty Bomb und naja ich dachte wir können ja mal irgendwas actionreicherisch spielen wenn ich mal wieder da bin können wir mal lassen den dahinter schmeißen und noch dahinter jetzt kann man es mal zünden oh Splash Damage gemacht einen haben wir gehittet das nehmen wir die Shotgun raus der kommt gleich gut werfen wir jetzt da mal hin okay ich bin Profi oh Schnapper ja Granaten gibt's nicht das sind wir und wenn sie denkst du dir so ich bin natürlich ein Pro in diesem Spiel also ich musste nicht eben dazu erstmal ein Video gucken dass ich ne Ahnung hab von was ich rede er hat mich gesehen wir spielen auch mal Sniper würde ich sagen ja wir spielen Dirty Bomb das ist ein Objective Shooter jetzt hab ich ja kurz Zeit das zu erklären man spawnt in Waves und es geht eigentlich um Skillsman sondern um Objective Erfüllen halt Aufgabe halt also eigentlich drei Aufgaben pro Map und das eine Team macht halt Aufgaben und die anderen verteidigen im Grunde aber das hier muss man glaube ich wenn ich mich nicht irre genau man wird von Wänden so zurückgebaut zu so einem Grund es ist auf jeden Fall Absicht von Marken ist Absicht ist es noch in der Beta also man kann das kostenlos runterladen wo ist er ist auch egal ob man jetzt aus der Hüfte oder anvisiert schießt aus dem Sniper glaube ich ja weißt du wo ich bin nice er hat er kann das Ding nämlich werfen ich hab das auch mal dahinter so jetzt hab ich auch mal was Produktives damit gemacht ok das passt down ich pick mal ich würde eigentlich gerade finishen das kann er machen ich denke da unten war eben einer kann man ja mal runterwerfen auch er kann das natürlich sogar noch naja es läuft wir spielen mal ich fand Fletcher eigentlich echt cool wir spielen wir Fletcher der hat auch alle Namen nicht gehört da war es gibt so einzelnen Charakter ja gut das ist halt okay das sind so viele für mich obwohl ich hab ne ich hätte einfach zurückgehen können dieses C4 artige Zeug dahin hauen und sie beide in die Luft lernen wieso das ich gemacht hab keine Ahnung wir haben auch was gelernt gehabt aber es bringt uns gar nichts das ist komplett falsche Richtung okay naja man ich wollte das gar nicht werfen ich bin cool von Battlefield von Spotten gewöhnt ist er von alleine auch er wollte mir den Bonus nicht geben sonst sparen wir mal so ein Ding da hoch und schön ist einfach mal eh haben nicht getroffen ich hauen weg dachte ich mir okay haben problem das hätte ich bin Profi in dem Film mit Messerläufe möglichst schneller also ein paar Spiele so ein anderer wieder nicht ich habe zweimal gehettet dafür gehören da natürlich keine Punkte man kriegt da sonst nicht für alles Punkte okay Splash Damage gemacht an ihm genau jetzt hauen wir wieder so ein Ding dahinter und hauen wir wieder so ein bisschen dahinter und hauen sie hin okay okay ist niemand mehr das ist krass ich mache eigentlich recht viel Spaß und dafür dass es kosten oder so ist ein gutes Spiel ich wollte es mal zeigen weil naja halt kostenlos ist eine Beta ich will eh immer gut was sollen wir hier machen aber soll ich irgendwas hier hinbringen wenn ich es richtig verstehe ach er bringt es jetzt da hin ah und die wollen es uns glaube ich streitig machen wir haben auch noch als zweiter aus irgendeinem Grund so eine MP hier also man kann sich das auch übrigens auch nicht selbst aussuchen was man da für ein Equipment hat also man kann es gewissermaßen auslusten weil man kann da Karten ziehen aber halt so diverse naja Equipment-Arten da gibt es auch wieder verschiedene Klassen zu ich glaube die Klassen halt also von der wie bei CSGO die Skins halt so Werte sag ich mal machen aber halt keinen Unterschied am Schaden oder dass sie dann einfach nur am Aussehen soweit ich das jetzt beurteilen kann und informiert bin was ist das? ok von unten ob da weine? hm mal eben durch den Abwasserkanal ziehe er hoch ach hold F to construct ok wir konstrukten einfach mal mit dem naja genau man kann sich hier noch so neue Wege konstrukten oder aufbauen weil die Gegner rein durch den Rücken fahren was wir vielleicht auch gerade machen aber ich weiß gar nicht ich hab ihn ich hab ihn und die haben aber immer irgendwie Sprüche raus das ist jetzt hier müssen wir es hin oder C4 planten easy wie lange ist das jetzt hier? jetzt haben wir noch so cooles MG aber er hat auch eine coole MP gehabt wird es irgendwie ungünstig aber vielleicht schaffen wir es wenn die jetzt hinterher kommen und das ja also die die Fans natürlich gerade super nur Profis im Team darum beim Deiner aber den nicht nur gehen wir weil wir müssen jetzt hier dafür sorgen dass es T4 explodiert und ihn nochmal anhippen ist jetzt gefinisht? ja jetzt ist er gefinisht ja kann ich hier vor allem scharmliche Stempler die Frage hat sie erübrigt ist das mein Bein? ok soviel zu Comic Shooter keiner was ist internetcode ist scheiße sag ich gern ich habe mir überlegt ich habe mir überlegt das können wir auch mal im live stream zocken ich weiß nicht ich weiß nicht ob das dann darauf das Projekt werden kann glaube ich fast nicht aber ich werde trotzdem mal eine Playlist und sowas packen also ich habe eigentlich vor immer mal was zu machen zu äh wie heißt denn hey von da kriege ich Fallschaden aber wenn ich von da runter springen würde nicht ja aber eigentlich haben wir mal ein Komplett gefinisht hm hier fällt mir nicht runterfahren kann ich hier durch na wow genau soviel zerstören wie Curve Duty ich glaube wir sind so gut wie gewonnen ich habe eben schon eine Runde gewonnen weil ich den Aufdarm verkackt habe also ich habe genau so schon drei Runden heute gespielt die ich auch alle aufnehmen wollte ich will es nicht ganz so gut oder vielleicht auch scheiße darf man das sagen ja darf man youtube ach da weil ich sonst habe ich auch immer scheiße gesehen ich habe so lange kein Video gemacht man und jetzt dachte ich mir so okay ich bin 11 oder so auf jeden Fall habe ich mir Lust ein Video zu machen gut ich war auch in den Urlaub in dem Monat weil ich kein Video gemacht habe ach machen wir wieder Video und wir werden auch bald wieder live stream muss ja noch mal raus und ob er im Urlaub ist oder nicht ich glaube nämlich dass im Urlaub nicht hier schön bleiben geh weg rogo ja keine Ahnung wieso ich mich immer an c4 ran nehmen muss Fletcher und da haben wir ihn doch vorwärts drauf gehen erst in die Säckung springen und dann nachladen das war nicht immer mit ich wollte ich immer mit der fd-snipe ausnimm weiß man nicht für irgendein hotkey hat man immer über also dass der hotkey den ich gerade verwende ist die taste 3 habe ich immer noch die finish bekommen finish assist heißt das dann man denn wenn ich das jetzt gezündet hinterher draufgegangen und da war echt spaß das spiel der monaten angebot ab 5 oder so ich kann spaß dran mit dem mein fremden tisch schnell aber eben gesagt ich habe manchmal ist es lecker ist ich glaube ich dass es auf 32 bit läuft und ich habe halt ein 64 bit system und das ist nicht so gut so gut da oben bei einer ist davon in das ding hofft wir haben uns selbst der mensch kann die fahren ich will immer mit ja es gibt halt wie gesagt diese charaktere und hat noch nie mehr geblendet ich gehe auch sogar schnell ich habe mir sogar noch 200 xp für assisten noch und von da kommt gleich einer eigentlich nur sowas nicht troppen scheiß drauf nehmen wir wieder mit es ist ja gut wenn man die teammates kommen würden ja wieder am snipen was sind das schlimmer immer wenn der sniper verkostet das spiel war es dann spielt jeder der sniper so wie so eine krankheit bezahlte dass das großer drauf war ja gut sondern natürlich wieder hin dackeln wir haben noch viel mehr zeit okay die runde eben die auf wesentlich kürze weil wir da die fänder waren soll das keine team also außer die gehört geläftet sind wahrscheinlich gegner sind das andere so wo schmeißen wir uns was war das scheiße was der stelle ich weiß nicht ach man bock um erinner ich will mich in der hoffentlich gereicht dran ist und noch ein video machen hat ich zumindest geplante ich habe nichts zu tun ich will man sonst nachts über machen also schlaf ist weiter sowieso komplett übergewertet ich bin schon wieder die technik wo ist die sensor okay wir gehen hier lang ist es geplandet ne ist es nicht ich weiß nicht wie das geht oder so ah es ist kein mate gewesen ich habe mich noch nicht gefinished also wenn der jetzt nett wäre oh ja er war sogar nett wenn das die fänden waren können sie da hingehen und ich spreng sie im gleichen satz was ist da liegen komm versuch zu es ist glaube ich gleich zu ende oder danke das war cool ist es explodiert wie die jams kann das sein ich bin im tier eine dritte ok ich bin level 4 hier ich bin profi ich kann über sich die jetzt kann ich ihm da so ein ding rein werfen und sprengen boah ich habe so ein ja komm hätte ich keine hilfe bekommen hätte ich das geschafft wir könnten ja auf phoenix wechseln ja wir wechseln auf phoenix was tut ach auf f3 das was macht der ok ganz ok das ist explodiert glaube ich gerade aber wenn ich es prob mag dann ja gewonnen ok aber ich sage das war es auch schon wieder für dieses video wenn es das geht wenn ich natürlich nicht und abonnieren und ich hoffe dass wir uns bald zu einem weiteren video sehen wer wissen will ob ich noch mal ein video mache in meinem leben der abonniert den kanal ist einfach wenn richtig cash bekommen habe ich tausend euro bekommen naja bis hoffentlich morgen bis hoffentlich morgen und die